Hallo und willkommen zu einem weiteren Full Day of Eating, What I Eat in a Day, Food Diary. Einfach ein ganz normaler Vlog, ein ganz normaler Tag, an dem ich euch mitnehme und zeige, wie ich so esse. Ich war erst gar nicht sicher, ob ich das Video überhaupt heute filmen soll, denn die letzten Tage lief das intuitive Essen bei mir nur so mittelgut. Aber ich will euch ja alles zeigen auf meiner Reise zu einem ganz normalen Essverhalten. Und deswegen dachte ich mir, für mich auch einfach heute und mal schauen, wie es heute so wird. Ich hatte aber einfach die letzten Tage so ein wenig Probleme auf meinen Körper zu hören. Ich weiß auch nicht, es gab keinen Auslöser und auch gar keinen Grund. Aber es war einfach so, dass ich dachte, ich muss doch jetzt mal Hunger haben. Oder ich möchte jetzt aber was essen, auch wenn ich keinen Hunger habe. Oder ich habe jetzt total Lust, was zu essen und sehr irrational einfach. Aber so Tage gibt es halt auch. Manchmal ist man Wochen, Monate lang im Fluss und isst, wenn man Hunger hat und hört auf, wenn man satt ist. Und manchmal gibt es halt auch einfach Tage, wo man denkt, ich muss den ganzen Tag essen. Dabei hat man gar keinen richtigen Hunger. Ich habe ja schon im letzten Video ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das für mich anfühlt. Und ja, so Tage gibt es halt auch. Und was ich da vor allem wichtig finde, ist, dass man sich immer wieder sagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es so Tage gibt. Es ist einfach nicht schlimm und es ist ganz normal. Und gerade wenn man eben von einem etwas gestörteren Essverhalten kommt, Kalorien zählen, Diäten, Crash-Diäten, Shake-Diäten, was auch immer, dann wird das halt auch passieren. Und das ist, wie gesagt, absolut nicht schlimm. Und es passiert ja auch nichts. Klar habe ich dann deutlich mehr gegessen, habe dann hier mal einen Snack gehabt, hier mal einen Snack gehabt und da nochmal eine Handvoll Nüsse oder so. Aber ist nicht schlimm. Heute ist wieder ein neuer Tag. Heute werde ich wieder probieren, mehr auf meinen Körper zu hören, mich mehr auf meine Aufgaben konzentrieren und das Essen wieder nebensächlich werden zu lassen. Und dann, ja, es ist gar kein Thema. Was ich noch sagen will, ist, dass ich zum Beispiel am Wochenende sehr, sehr, sehr viel Chips und sowas gegessen habe. Aber für mich ist das auch kein Thema, denn ich finde, der Riesenunterschied ist beim intuitiven Essen, dass man halt sagt, man macht das freiwillig. Man sagt, hey, heute Abend will ich mit meinem Partner auf der Couch einfach mal ein paar leckere Sachen essen. Muss ja nicht mal was Süßigkeitenmäßiges sein. Es kann ja auch sein, dass man sich einen Teller mit Schinken und Käse und Oliven oder so macht. Aber man isst dann halt auch, wenn man gerade keinen Hunger hat. Und das finde ich überhaupt kein Thema. Für mich liegt der Riesenunterschied da drin, dass es sich eben nicht wie eine Fressattacke anfühlt. Die, die schon welche hatten, wissen jetzt, was ich meine, dass man es essen muss. Dass man wirklich bis zum letzten Bissen essen muss. Dass man bis die Tüte leer ist, essen muss, weil man eben im Kopf hat. Oder morgen esse ich wieder nach Diät XY. Morgen esse ich wieder nur Low Carb. Morgen esse ich wieder nur Gemüse oder sonst irgendwas. Das ist für mich so der Riesenunterschied. Man kann zu viel essen. Man kann über den Hunger hinaus essen. Das ist gar kein Thema und das ist auch nicht schlimm. Und das machen wir alle Menschen. Nur wenn man halt aus einem Essverhalten kommt, was so ein bisschen schwierig war, dann denkt man direkt, oh Gott, war das jetzt zu viel? Was ist jetzt? Nehme ich zu? Nehme ich ab? Wie auch immer. Und ich sage mir dann auch einfach immer, ich wollte das. Das war freiwillig. Ich hatte da Lust drauf. Ich habe mich da bewusst dafür entschieden. Ich habe es auch genossen. Ich habe es nicht einfach nur in mich reingestopft, weil ich es essen musste, weil ich es am nächsten Tag nicht mehr bekomme, sondern ich hatte da echt Lust drauf. Ich habe es genossen. Ich war übervoll danach und hatte einen mega vollen Bauch und habe mich träge gefühlt. Aber ist nicht schlimm, denn ich habe mich dafür entschieden. Und es hat sich nicht so angefühlt, als wäre ich in irgendeiner Fresstrance, die das dann bei mir zum Beispiel auch früher immer war. Und da liegt bei mir echt so der Unterschied, wie es sich halt eben anfühlt für einen selbst. Und was für Mengen man da ist, ist ja auch immer dann sehr individuell. Denn ich habe ein paar Nachrichten bekommen von Mädchen, die gefragt haben, ja, kann ich denn überhaupt noch dann zu viel essen? Oder ist es dann direkt intuitives Essen gebrochen, wenn ich dann eben zu viel gegessen habe? Und nein, intuitives Essen könnt ihr nie brechen, denn das ist einfach nur was, was ihr nach eurem Gefühl macht. Und wie gesagt, wenn ihr dann drei Wochen lang jeden Tag zu viel esst, aber das halt bewusst macht und freiwillig und da Lust drauf habt, dann ist es auch total in Ordnung. Und dann fangt ihr am nächsten Tag wieder an und sagt, hey, heute warte ich einfach mal ab, bis der Hunger kommt und esse dann was. So werde ich es heute machen und mich auf meine Uni-Aufgaben konzentrieren und dann einfach mal schauen. Vielleicht möchte mein Kopf auch wieder, dass ich 24 Stunden esse, so wie sich das gestern und vorgestern angefühlt hat. Aber ich werde es euch berichten. Die Unterlagen liegen schon vor mir. Wie ihr seht, geht es heute um Biases. Ich habe eine Übung gleich und da werde ich auch mitmachen und habe deswegen hier ein bisschen was vorbereitet. Ja, genau. Und dann sehen wir uns, denke ich, nach der Übung. Was Frühstück angeht, da kann man sich auf meinen Hunger verlassen. Heute gibt es aber mal gesalzenes Karamell-Whey, anstatt wie sonst immer natürliche Schokolade in den Sauts. Und dazu zwei Knäckebrote mit Butterkäse und mit Marmelade. Ich war wieder, die Übung war sehr, sehr gut, war sehr spannend. Ich habe auch danach dann noch mit einem Kommilitone weiter diskutiert über die Themen und ich habe auch wieder gemerkt, wenn man halt was zu tun hat und auch was macht, was einem Spaß macht, dann werden so Themen wie Ernährung oder habe ich schon Hunger, habe ich nicht Hunger, was soll ich alles essen, werden dann einfach total nebensächlich. Deswegen kann ich da immer nur sagen, lenkt euch ab, euer Körper, euer Magen mit euch dann schon zeigen, wenn ihr wirklich Hunger habt. Und das klappt bei mir heute auch schon viel besser, weil gerade gestern um die Uhrzeit, so halb zwei haben wir jetzt, glaube ich, da war es halt echt so, dass ich dachte, ich muss doch jetzt mal Hunger haben, ich habe doch erst um zehn gefrühstückt, schon um zehn oder elf hatte ich gestern gefrühstückt und so, ich muss doch jetzt mal Hunger haben, warum habe ich keinen Hunger? Und habe mir so Gedanken gemacht, anstatt einfach zu entspannen, mich auf meine Sachen zu konzentrieren und zu warten, bis sich dann der Hunger meldet. Und das werde ich auch heute genauso machen, deswegen esse ich jetzt auch noch nichts, obwohl das eigentlich so meine Standard-Uhrzeit ist, wo ich dann auch normalerweise Hunger bekomme. Aber ich vertraue heute meinem Körper und werde mich jetzt einfach mit wichtigeren Dingen beschäftigen, als zu überlegen, warum ich noch keinen Hunger habe, was ich halt gestern dann und vorgestern die ganze Zeit gemacht habe. Und ja, ich habe übrigens eine Jacke an, weil mir ein bisschen frisch war. Und genau, werde jetzt weiter Uni-Zeug machen. In drei Wochen müssen wir unser Seminar abgeben. Es war eine Gruppenarbeit zum Thema Innovation Management in the Digital Age. War sehr spannend, aber Gruppenarbeiten haben ja so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber ja, ich bin halt froh, wenn es abgegeben ist. Die Thematik war super spannend, sehr vielschichtig, sehr aktuell und wirklich cool. Und ja, 20 Seiten mussten wir schreiben, also auch human eigentlich. Aber es ist trotzdem schon echt viel Arbeit natürlich. Aber ich mag das ja so, Scientific Papers zu lesen, deswegen mochte ich das eigentlich ganz gerne. Und in sechs Wochen ist die erste Klausur. Ich muss sagen, dass ich dafür jetzt noch nichts mache, denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie was auswendig lerne, dann weiß ich das in sechs Wochen eh nicht in der Regel. Was ich halt nur immer probiere, ist natürlich auf dem neuesten Stand zu sein und auch mitzudenken. Weil klar, wenn man jetzt nur rein was auswendig da hinschreiben muss, dann kann man das auch kurz vorher machen und dann eben da hinschreiben. Aber oft wird ja dann doch transfermäßig gefragt. Und wenn man sich dann halt vorher schon selbst Gedanken gemacht hat, Beispiele überlegt hat, Fragen überlegt hat und einfach einen Kontext hergestellt hat, dann kann unser Gehirn das natürlich viel leichter und schneller und stressfreier abrufen, weil wir eben dann gut vorbereitet sind. Und deswegen probiere ich da auch wirklich nicht nur zuzuhören, sondern auch wirklich mitzudenken in den Übungen mal oder in den Vorlesungen. Natürlich mal mehr, mal weniger. Es gibt auch Vorlesungen, da bin ich gefühlt nur am Handy. Die gibt es auch, dann muss ich es mir nochmal anschauen und dann konzentriert. Aber ja, wollte ich einfach nur mal sagen, so handhabe ich das und so vier Wochen vor den Klausuren fange ich dann an, so ein bisschen intensiver mich damit zu beschäftigen und auch schon die ein oder anderen Sachen auswendig zu lernen oder halt noch intensiver zu üben. Und ich würde eigentlich fast sagen, so zwei Wochen vor der Klausur geht es dann so richtig los, dass ich so intensiv acht Stunden oder so mich damit beschäftige. Ich glaube nicht mal acht Stunden, eher so, ja doch so acht Stunden passt schon. So von acht bis vier oder so sitze ich meistens am PC, aber davon lerne ich ja nicht durchgehend. Da mache ich ja auch Pausen oder andere Sachen. Aber ja, genau. Deswegen, ich habe noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen Entspannung und mir ist es auch irgendwie wichtig, dass ich dann halt zu dem Zeitpunkt, wenn ich es brauche, frisch und motiviert bin. Was bringt es mir, wenn ich mich jetzt super stresse, hardcore lerne und dann bin ich schon total ausgebrannt und am Tag der Klausur kriege ich es da nicht hin. Deswegen, ich probiere lieber, das entspannt anzugehen, damit ich halt Leistung bringen kann, wenn ich sie bringen muss und das ist eben halt am Tag der Klausur. Und genau, das ist natürlich auch etwas, das kommt mit der Routine, wenn man schon viele Semester hinter sich hat, viele Klausuren geschrieben hat, sein eigenes Tempo kennt, weiß, wie effektiv man lernen kann beziehungsweise wie man effektiv lernen kann und dann ergibt sich das auch ganz von selbst. Genau, und deswegen, jetzt werde ich aber mal weitermachen, noch für die nächste Übung was vorbereiten und dann melde ich mich, wenn sich der Hunger so langsam meldet. So sieht mal ein sehr, sehr schnelles und einfaches Mittagessen bei mir aus. Der Hunger hat sich jetzt nämlich auch gemeldet. Ich habe mittags auch nie so einen großen Hunger, deswegen esse ich da tendenziell eher kleine Sachen. Hier habe ich noch zwei Tomaten klein geschnitten und mit Maggi und Pfeffer ein bisschen gewürzt. Das ist Basilikum-Tofu, das ist mein neues Lieblingsmittagsgericht und das wurde mir mal von einer Freundin empfohlen und seitdem bin ich mega Fan davon. Das kann man nämlich auch ungebraten essen, also kalt oder auch jetzt halt eben angebraten oder auch anders verwenden und ich bin super Fan davon. Ist auch super sättigend, hat super gute Werte, kann ich nur weiterempfehlen. Und danach esse ich entweder diesen Rocky Road-Riegel, eine Zeit lang habe ich davon jeden Tag eingegessen oder ich esse von den neuen Beauty Bites die Packung. Ich bin noch nicht ganz sicher. Also, beides ist so gut. Wahrscheinlich esse ich am Ende beides. Ja, mal gucken. Jetzt esse ich erst mal das hier. So, ich bin natürlich immer noch am Laptop. Ich habe aber einen anderen Snack gefunden. Ich hatte vorhin dann irgendwie auch doch nicht so viel Hunger und habe dann auch die Riegel nicht gegessen und jetzt ein paar Stunden später hat sich mein Magen gemeldet. Deswegen gab es jetzt natürlich auch was. Oder es gibt immer noch. Und ich liebe die. Das ist meine Lieblingssorte auch. Kakao und Orange. Ich finde die richtig gut. Ich bin ein richtiger Fan. Ich zeige euch die mal. Sind auch echt so gut, als hätte man die selbst gemacht. Ich habe ja auch vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen mit veganen Snacks und da habe ich ja Energy Balls selbst gemacht. Und die waren halt auch richtig gut. Die will ich auch demnächst nochmal machen, weil man die halt einfrieren kann und dann einfach auftauen, wenn man Lust drauf hat. Das war auch richtig cool. Kann ich euch unten verlinken oder jetzt hier oben. Aber jetzt nehme ich erst mal mit denen vorlieb und die sind auch sehr lecker. Und dann melde ich mich später nochmal. Ich mache mich jetzt auf zu meinem täglichen Spaziergang. Ich probiere eigentlich wirklich jeden Tag was zu machen und irgendwie rauszukommen. Ich werde auch so unausstehlich, wenn ich mich nicht genug bewege. Beziehungsweise nicht mal ausstehlich, aber ich fühle mich dann einfach nicht ausgelastet genug. Ich mag halt einfach auch Bewegung. Und selbst wenn das manchmal nur in 10 Minuten, Viertelstunde Spaziergang ist, ich finde das ist schon so viel wert, wenn man halt den ganzen Tag nur rumsitzt. Und beim Homeoffice bewegt man sich ja noch weniger als im Büro oder so. Und deswegen lege ich da auch echt viel Wert drauf und das ist mir echt wichtig. Und das mache ich auch jetzt gleich. Einfach noch eine kleine Runde und will aber später noch einen Workout machen. Weil wie ihr wisst, trainiere ich ja auch trotzdem noch ein bisschen. Zwar nicht mehr so intensiv wie früher, aber ich mag ja trotzdem in Form bleiben und auch was für meinen Körper tun. Genau und jetzt geht es aber erstmal spazieren. Ich habe eine Mütze an, Handschuhe habe ich auch eingepackt und meine neue Winterjacke habe ich auch an. Und genau, ich freue mich schon und werde jetzt ein bisschen Musik hören und über was weiß ich was nachdenken. Und dann sehen wir uns später wieder. So, am Ende habe ich übrigens mit meinem Papa telefoniert. Während dem Spaziergang war auch sehr schön und entspannt. Jetzt bin ich wieder zurück und habe noch ein bisschen Uni-Zeug gemacht. Und habe mich jetzt gerade fürs Workout umgezogen. Und ich dachte, ich zeige auch mal so die Situation. Ich werde natürlich ein T-Shirt anziehen. Ich fühle mich relativ schwammig. Ich wollte das eigentlich auch erst nur mit T-Shirt filmen. Dann dachte ich mir, komm, ich stehe zu meinem Körper und jeder fühlt sich mal schwammig. Und ich denke, wir wissen alle inzwischen, dass man nicht 24-7 mit einem sehr definierten Bauch rumläuft. Und wenn da noch das Licht schlecht ist, dann sieht man halt auch mal nichts. Und wie gesagt, ich hatte ja auch ein sehr chipslastiges Wochenende hinter mir. Und jetzt auch schon dreimal Zeiten intus. Und dann ist das halt mal auch so entspannt. Und ich sehe es jetzt auch nicht an, das irgendwie anzuspannen oder sonst irgendwas oder zu posen. Denn ich will ja auch die Realität mit euch teilen. Und da sieht es halt jetzt einfach gerade mal so aus. Ich mag meinen Körper natürlich trotzdem und so. Aber ich bin ehrlich, wenn man das natürlich vor einer gewissen Reichweite oder so postet, dann will man natürlich eigentlich lieber das machen, wenn man sich gerade super wohl fühlt. Und das definierter ist und das Licht auch noch gut ist. Da bin ich ehrlich zu euch. Also da ist natürlich auch für mich das ein bisschen einfacher. Aber ich, ja, mag ja die Realität zeigen. Genau. Und ich mag meinen Körper so, wie er ist. Egal, ob mit drei, fünf Malzeiten intus oder nach fünf Wochenenden mit viel Essen. Er macht so viel für mich. Und da ist mir auch egal, ob er mal definierter oder undefinierter aussieht. Wir können alle dankbar sein für unsere Gesundheit. Hin oder her, wie definiert der Bauch aussieht. Genau. Und ich freue mich auf meinen Workout. Ich mache so 30 Minuten in der Regel nur. Und das reicht mir eigentlich auch. Mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass ich keinesfalls der Meinung bin, dass ich gerade irgendwie schlecht aussehe oder meine Figur gerade nicht gut ist. Aber es ist nun mal ein Unterschied zu, wenn ich morgens aufstehe oder so. Und ich habe die ja schon gesehen und ich habe ja auch schon genug Bilder gepostet, wo man das dann mehr sieht, wie das dann definierter aussieht. Und ja, aber wie gesagt, ich möchte auf keinen Fall damit sagen, dass es gerade schlecht aussieht. Das finde ich nämlich selber auch nicht. Aber es sieht halt einfach ein bisschen anders aus und spiegelt die Realität definitiv auch ein bisschen mehr da. Wenn man halt nicht postet, nicht das perfekte Licht sucht, nicht nachbearbeitet. Weil ich kann ja hier gar nicht bearbeiten. Oder ich weiß zumindest, bin ich in der Lage, das mit Photoshop oder so zu bearbeiten, so ein Video. Und ja, hoffe, dass euch das halt auch ein bisschen hilft, wenn der ein oder andere sich mal schlecht fühlt oder so. Jeder von uns hat mal schwammige Phasen. Jeder von uns hat mal definiertere Phasen und im Endeffekt sieht es morgen wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Zum Abendessen gibt es heute ein Gericht, was meine Schwiegermama in Spee mir empfohlen hat. Wir haben das auch einmal schon gekocht und heute jetzt zum zweiten Mal. Und das ist so lecker. Das ist ein Linsenauflauf mit Käse, mit vielen leckeren Sachen. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen und werde euch dann natürlich auch das Endergebnis zeigen. Und dann auch das Rezept natürlich auch in die Infobox schreiben. Aber das ist echt der Wahnsinn. Das ist so gut. Hätte ich nie gedacht, dass mir das so gut schmeckt. Aber legen wir mal los. Ich habe nämlich auch einen Mordshunger und bin definitiv auch schon über mein angenehmes Hungergefühl hinaus. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen mit dem Kochen. Ich habe vorhin die ein oder andere Zutat vergessen. Es kommt nämlich auch noch Karotte rein, Knoblauch. Ja, ich werde jetzt alles unten reinschreiben, damit ihr es direkt nachkochen könnt. Aber das ist schon mal die Basis und das kommt jetzt zehn Minuten in den Ofen, bevor es dann eben in den Auflauf geht und die Linsen dazukommen und so weiter. Das kommt jetzt ab in den Ofen und fünf Minuten vor. Ende kommt noch der Gratterkälse drüber. Ich finde besonders, dass das Gericht viel würziger schmeckt, als man eigentlich so annehmen würde. Und ich hatte auch zwei Portionen, denn ich hatte ja riesen Hunger. Wir hatten am ersten Weihnachtsfeiertag Bratäpfel und ich fand das so lecker, dass wir es dann an Silvester auch nochmal gemacht haben. Und auch heute werde ich es nochmal machen, weil ich es einfach so lecker finde. Und ich mache dazu auch noch eine Vanillesoße. Ich benutze aber Stevia, weil wir haben auch gar keinen Zucker mehr. Und ihr habt ja schon gesehen, wie ich das hier angerührt habe. Ich mache einfach so nach Gefühl ein, zwei Esslöffel Mandelsplitter und Rosinen und auch einen Esslöffel ungefähr Butter. Dann warte ich halt eben, bis der weich wird, damit man es so verrühren kann. Und das fühle ich dann gleich hier rein. Ist ein bisschen wenig geworden irgendwie, aber ich mache das jetzt einfach. Und hier seht ihr jetzt die letzte Mahlzeit für heute. Den Bratapfel schwimmend in Vanillesoße. Sie sind beide auseinandergefallen, aber macht ja nichts. Ich freue mich schon mega drauf. Ich mache das in Zukunft einfach öfter. Ist mir egal, ob kein Weihnachten ist. Das schmeckt einfach so lecker. Und man könnte ja auch sagen, dass es eine gesündere Alternative ist. Ihr wisst ja, dass ich so Labels nicht mehr habe. Aber für die von euch, die da noch ein bisschen drauf achten, das könnte definitiv ein besseres Dessert sein, als wenn man sich eine Packung Gummibärchen oder so reinzieht. Und deswegen, ja, lassen wir uns das jetzt schmecken. Ich habe einen Weihnachtsschlafanzug an und ich entschuldige mich schon mal für meine roten Augen. Ich habe irgendwie super trockene Augen wieder gehabt. Heute Abend vom ganzen Tag Kontaktlinsen tragen. Ich hatte auch eigentlich Augentropfen reingemacht, aber mir haben die nicht so viel geholfen. Und es ist immer noch ein bisschen unangenehm. Ich möchte heute mal kein Buch empfehlen, sondern zwei Serien. Ich glaube nämlich, dass beide Serien relativ unbekannt sind in Deutschland. Und deswegen ja vielleicht dem einen oder anderen gefallen könnten. und der sie halt noch nicht so entdeckt hat. Nämlich, die eine Serie ist Afterlife auf Netflix. Das ist eher eine Komödie, aber es werden auch ein paar ernste Themen angesprochen. Und die andere Serie ist Broadchurch. Das ist ein Krimi oder eine Krimiserie. Ist auch super cool, super schöne Aufnahmen von England. Super spannend. Man weiß wirklich sehr lange auch nicht, was passiert ist. Ich will jetzt nichts vorausnehmen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal nur, was passiert ist. Oder wer da verantwortlich ist. Und ja, ich mochte beides sehr, sehr gerne. Und kann es auch nur empfehlen. Man kann es auch gut mit dem Partner schauen. Das ist auf jeden Fall auch was für Männer. Und ich fand beides richtig, richtig cool. Und bin traurig, dass jetzt aktuell keine neuen Staffeln davon da sind. Und von Broadchurch gibt es, glaube ich, drei Staffeln. Wir haben die erste und die dritte geschaut. Die zweite haben wir übersprungen. Und Afterlife gibt es zwei Staffeln. Und die dritte ist aber in Produktion scheinbar. Genau, kann ich euch nur so empfehlen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da oder auch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sehe echt, ja, ein bisschen mitgenommen aus. Meine Augen sind auch echt, das ist echt unangenehm gerade. Aber ich wollte den Vlog trotzdem noch beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.